No problemo, amigo! Vor kurzem hat Xiaomi zwei neue Mi 11 Lite Modelle vorgestellt. Eine 299 Euro teure 4G-Version und eine etwas stärkere 5G-Version für 399 Euro. Vor allem mit dem auffällig bunten Farben und dem leichten Gewicht von nur 159 Gramm will man neue Kunden akquirieren. Ob der Plan aufgeht und wie sich das 5G-Modell zum fast identischen 4G-Modell schlägt, erfährst du in diesem Video. Falls du, Hamburger ohne Gurkenesser, mich unterstützen willst, dann gib mir doch gern ein Like und abonniere diesen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Alle Links zum Handy sowie meinem günstigen Mobilfunkvertrag findest du in der Beschreibung. Fange mit den vielen positiven Dingen an. Was einem am Mi 11 Lite als erstes auffällt, ist das bunte, farbenfrohe Design. Endlich mal kein langweiliger Einheitsbrei in Schwarz und Weiß. Die matte Glasrückseite gibt es in vielen verschiedenen Farben, wie Schwarz, Gelb und das, was ich habe, Mint Green. Die 4G-Version gibt es in Schwarz, Blau und Pink. Da sollte doch für jeden was dabei sein. Oben links gibt es dann eine 64 Megapixel Triple-Kamera, auf die ich später noch zu sprechen komme. Der Rahmen ist glänzend und ebenfalls in entsprechender Farbe gehalten. Dort ist auch der Fingerscanner zu finden, welcher in den Powerbutton integriert wurde. Der funktioniert sofort und zuverlässig. Genau wie die Gesichtserkennung. Beim Design vergebe ich schon mal 10 von 10 Mi 11 Lights. Noch besser ist aber das Feeling, wenn man das Handy das erste Mal in die Hand nimmt. Huch, das ist aber... Light. Mit 159 Gramm ist das Handy ein Fliegengewicht im Smartphone-Universum. Während der Standard aktuell Richtung 200 Gramm geht, ist es sehr erfrischend, endlich mal ein leichtes Handy in der Hand zu halten. Das ist neben den bunten Farben das Alleinstellungsmerkmal des Mi Elf Light. Dreht man das Handy um, lächelt ein ein 6,55 Zoll flaches 90 Hertz AMOLED-Display an. Displayränder gibt es kaum, dafür oben links ein 20 Megapixel großes Einschlussloch. Schöner kann ein Handy zur Zeit nicht aussehen. Das Besondere an diesem Bildschirm ist, dass er zum einen 90 Hertz hat, was für eine flüssigere Darstellung sorgt. Zum anderen kann er bis zu eine Milliarde Farben, also 10 Bit darstellen. Das ist großes Kino, aber den meisten wird es eh nicht auffallen. Lol. Scrollen, Videos und Fotos anschauen ist auf dem Mi Elf Light auf jeden Fall ein großes Vergnügen. Dazu tragen auch die sehr guten Stereo-Lautsprecher bei. Sie werden ordentlich laut und klingen ausgeglichen. Beim Tippen von WhatsApp-Nachrichten spürt man den guten Vibrationsmotor. Er hätte meiner Meinung nach noch etwas stärker sein können, aber die Qualität stimmt mit seinen punktuellen Stößen. Überzeugt hat mich auch die Performance. Das 5G-Modell treibt ein brandneuer Schnapfdrachen 780G an. Alles rennt und flutscht. Die Maschine läuft wie geschmiert. Aufwendige Games in maximalen Einstellungen sind nur Problemo, amigo. Der Prozessor ist dauerhaft unterfordert. Ich hoffe, man sieht den Prozessor bald noch in anderen Handys, denn er hat mir sehr gut gefallen. Im 4G-Modell ist ein Mittelklasse-Snappy 732G verbaut. Den kennt man schon zu Genüge aus anderen Xiaomi-Handys. Die Leistung sollte für die meisten aber ausreichend sein. Nur Hardcore-Gamern würde ich zum 5G-Modell raten. Installiert auf dem Handy ist Android 11 mit MIUI 12. Die Software hat mir gut gefallen. Man hat alles gut auf den neuen Prozessor optimiert, es gibt keine Ruckler und viel einzustellen. Auf regelmäßige Updates kann man sich bei Xiaomi ebenfalls freuen. Vor allem zwei Dinge möchte ich bei der Software noch positiv hervorheben. Die Super-Wallpaper finde ich richtig cool. Beim Sperren und Entsperren des Handys startet eine schicke Animation mit Planeten. Das sieht mega nice aus. Auch der Foto-Editor hat ein interessantes Feature. Mit einem Klick lässt sich einfach der Himmel auf Fotos ändern. Geil! Eben mal ein düsteres Foto in Sonnenschein umwandeln? No problemo, amigo! Kommen wir zur Kamera. Es ist eine Triple-Kamera verbaut mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor, einer 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkellinse und einer 5-Megapixel-Schrott-Mikro-Makro-Whatever-Cam. Die Hauptkamera macht bei Tag schöne farbenfrohe Aufnahmen. Auch die Schärfe und Details stimmen. Mir hat etwas die Dynamik gefehlt, aber das lag bei den Testaufnahmen auch am Wetter. Der Himmel war wirklich grau. Bei Nacht kann der 64-Megapixel-Sensor ebenfalls überzeugen. Aktiviert man den Nachtmodus, bekommt man farbechte, helle und detailgetreue Fotos. Auch Videos haben mir gefallen. Maximal 4K30 ist drin. Dann gibt es sogar stabilisiertes Videomaterial. Auch die Farben haben mir in 4K30 gefallen, was man nicht oft sieht. 1080p sieht auch sehr gut aus, ist aber nicht ganz so scharf. Bei Nacht gehen die Videos sogar auch in Ordnung. Zwar nimmt die Qualität wie zu erwarten ab, aber insgesamt bin ich zufrieden. Da wurde ich positiv überrascht. Schau dir für mehr Foto- und Videosamples mein Kamera-Review an. Und es geht immer weiter. Der Akku ist auch stark. 4.250 Zellen sind verbaut, die bei mir für Laufzeiten von 1,5 Tagen sorgten. Beim 4G-Modell dürfte es mit dem langsameren und energiesparsameren Prozessor sogar für zwei Tage reichen. Aufgeladen wird die Kiste mit 33 Watt. In ca. 1 Stunde ist der Akku voll. Ein guter Wert. Schön ist auch der Lieferumfang. Neben dem Netzteil und dem USB-Kabel gibt es einen Kopfhöreradapter sowie ein TPU-Case. I like! Als letztes bleibt noch der Preis positiv zu erwähnen. 400 Euro für die 5G-Variante finde ich fair. Dafür gibt es 128 GB erweiterbaren Speicher, den neuen starken Prozessor und die gute Kamera. Das 4G-Modell, welches 300 Euro kostet, bietet aber eine noch bessere Preis-Leistung. Dort bekommt man zwar nur 64 GB Speicher, welcher sich ebenfalls erweitern lässt, aber mit Ausnahme des Prozessors ist es genau das gleiche Handy. Alles ist bei Mi 11 Lite aber nicht perfekt. Neutrale Dinge entfallen dieses Mal, aber unter Negativ möchte ich auch ein paar Punkte aufzählen. Zuerst knöpfe ich mir das Display vor. Get over here! Für den Preis von 400 Euro hätte ich gern ein 120 Hz AMOLED-Display gesehen. Lustigerweise findet man genau das in anderen Xiaomi-Handys, wie dem Note 10 Pro oder Poco F3. Wieso dann nicht auch im Mi 11 Lite? Auch hätte die maximale Helligkeit mit 800 Nits beim 5G-Modell noch etwas höher sein können. Probleme beim Ablesen draußen hatte ich aber nie. Schlimm dagegen finde ich, dass wieder nur ein Sometimes-On-Display verbaut wurde. Das Display schaltet sich nach 10 Sekunden einfach aus. Angeblich soll das noch nachgepatcht werden, ich glaube das aber erst, wenn ich es sehe. Es wird auf jeden Fall gar keinen Sinn ergeben, so etwas nachzupatchen. Ich glaube aber nicht mehr an den Weihnachtsmann, stand jetzt ist es nicht implementiert. Ob Absicht oder nicht, ich finde es idiotisch von Xiaomi und für mich ist es ein Dealbreaker. Zu guter Letzt möchte ich noch über die Kamera reden. Der Ultra-Weitwinkel-Sensor kann mit seinen läppischen 8 Megapixeln nicht die Qualität des Hauptsensors mitgehen. Die 5 Megapixel-Makrocam hätte man sich meinetwegen auch sparen können, da sie nur Spielerei ist. Bitte Xiaomi, hört endlich auf mit diesem Quatsch. Fazit Wow, das Xiaomi Mi 11 Lite 5G hat mich kalt erwischt. Zu Beginn des Tests hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde. Doch während des Testzeitraums stellte ich mir die Frage, wer überhaupt zum Mi 11 Lite greifen sollte, wenn es doch bessere Geräte wie dem Note 10 Pro oder dem Poco F3 aus dem eigenen Haus gibt. Nächtelang habe ich mir den Kopf zerbrochen, bevor es mir wie Schuppen von den Haaren fiel. Das Alleinstellungsmerkmal des Mi 11 Lite ist ganz klar das leichte Gewicht und das schicke farbige Design. Wer ein Problem mit immer schwerer werdenden Smartphones hat und sein Handy als Fashion-Statement zieht, der greift zum Mi 11 Lite. Mit einem tollen 90 Hz AMOLED-Display, der flotten Performance, einer starken Kamera sowie einem 1,5-Tage-Akku wird man viel Freude haben. Ein 120 Hz Display wäre dabei die Kirsche auf der Sahne gewesen. Schade. Wer Geld sparen möchte, kann bedenkenlos zur 4G-Variante greifen. Das 5G-Modell, welches bis auf den Prozessor baugleich ist, empfehle ich nur für Leute, die ihr Handy langfristig nutzen und zukunftssicherer aufgestellt sein wollen. Wie man sich auch entscheidet, das Mi 11 Lite hat seine Daseinsberechtigung und mit mir einen großen Fan gewonnen. Falls du dir das Handy holen willst, findest du den Kauflink in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gern ein Like und abonnier den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Folge mir auch auf Social Media für mehr Wahnsinn. Alle Links findest du in der Beschreibung. Wenn du jetzt mein Note 10 Pro Review ansehen willst, dann klicke hier links oder klicke hier rechts für mein Poco F3 Review. Losklick, du Tuben-Ausdrücker. Es lohnt sich.